Eine Sache Gaming-Related hattest du noch, ne? Ja, für die Zockerfreunde unter uns, beziehungsweise für diejenigen, die naja, nicht so unbedingt abgeneigt gegenüber Steam sind, das ist ja auch wieder so ein heikles Thema. Ich sag mal so, von den ganzen Gaming-Organisations- und Kaufplattformen, finde ich, hat Steam ja immer noch so das beste Karma bei mir, weil es funktioniert und es lässt dir Dinge tun und es ist nett. Die wussten damals, wann sie anfangen sollen, die wussten damals, was sie machen sollen und die wussten damals, wie sie es machen sollen und der DRM ist halt... Die wissen auch immer, wie weit sie gehen dürfen, so, finde ich. Ja, also da kannst du Origin in die Tonne kloppen und Uplay brauchst du ja gar nicht erst anfangen davon und von dem her ist Steam eigentlich unter den ganzen Angeboten echt noch der Sympathischste, sag ich einmal. Und da gab's ja letztes oder letztes Jahr war ja der große Knall, beziehungsweise vor zwei Jahren war der große Knall, dass ja Steam für Linux angekündigt worden ist. Letztes Jahr ist es rausgekommen, beziehungsweise Anfang diesen Jahres, irgendwann im Weihnachten rum, glaube ich, war die... War da schon der finale Release oder war da die Beta? Ich weiß nicht. Hört die alten In-Serie-Folgen an, da habe ich es gleich. Seitdem werden ja immer diverse Spiele noch wieder auf Linux rüberportiert, dass die da auch laufen. Ja, das erste war Left 4 Dead 3, glaube ich, oder 2. 2, 3 gibt's ja auch halt. 3 wäre ja ganz schön neu. 3 wäre ja ein Exclusive-Title für Linux. Das wäre geil da. Plötzlich installieren sich alle Ubuntu, weil sie Steam, weil sie das bespielen wollen. Dann gab's ja Gerüchte, dass es eine eigene Konsole für mit Steam geben wird. Das hat sich dann insofern geäußert, dass irgendein Hersteller mit drei Buchstaben oder vier Buchstaben... Richtig, die Pistons, genau. Die gab's auch mal, nur hat sich anscheinend irgendwie wieder im Sand verlaufen oder war das irgendwie vielleicht der Prototyp vom Prototyp? Ja, vielleicht war das auch nur so ein Entwicklungsding, wo irgendjemand herausgerüchtet hat oder so. Ja, dann auf jeden Fall ist es wieder relativ ruhig geworden und letzte Woche haben sie gesagt, dass am Montag dieser Woche eine großartige Ankündigung passieren würde und dann kam... Wir kündigen eine Ankündigung an. Und kurze Zeit später kam dann eben auch die Meldung, dass das Steam-Universum 2014 expandiert. Und das hat sich eben am Montag in Form von Steam-OS geäußert. Da hat man ja zuerst gedacht, ah, jetzt kommt die offizielle Ankündigung der Pistons beziehungsweise von der Steam-Box, aber nee, Pustekuchen, jetzt kommt das Steam-OS. Und das ist ja im Prinzip nichts anderes als ein... Wahrscheinlich ein Ubuntu, ein abgespecktes, ein modifiziertes Ubuntu. Muss nicht mal ein Ubuntu sein, also irgendein gestreamlintes, wahrscheinlich Debian-basiertes Linux. Ja, gut. Also sie haben ja mit Ubuntu die ersten Tests gemacht und sie verweisen offiziell auch auf Ubuntu, deswegen geht man davon aus, dass die Basis irgendwie... Ja, wahrscheinlich, weil du hast die wenigsten Support-Requests, wenn du Ubuntu verwendest, weil es einfach so viel Community gibt und so viel Hilfe schon gibt. Das ist dann bequemer. Aber letztendlich glaube ich, dass sie sich dann, wenn sie Ubuntu wirklich verwenden würden, sich mit Canonical schon nochmal so einen kleinen Schmerz in den Fuß eintreten. Also, weiß ich nicht genau. Das wird vielleicht wirklich zum Testen hergenommen. Weil das hat, wie du gerade gesagt hast, die größte Nutzerbasis und von dem her, die werden sich da schön ihre eigene Distribution stricken. Genau, das ist das SteamOS-Ding. Das wird quasi so ein kombiniertes Steam-Client plus Linux zum Installieren. Ja, das ist im Prinzip ein Linux, auf dem der Steam-Client im Big-Picture-Mode läuft. Und dieses Big-Picture, das ist ja letztes Jahr rausgekommen für die, hauptsächlich für die Konsolenspieler beziehungsweise die Gamepad-Spieler. Und das ist... Ja, so, sorry. Ja, und das soll eben dann unter anderem auf diese, naja, auf die Steam-Machines, die praktisch vor zwei Tagen rausgekommen sind, beziehungsweise die Ankündigung... Das ist noch was anderes wieder, ne? Steam-Machines und Computer... Also, man muss dazu sagen, dass diese Ankündigung, diese Expandierung im Jahr 2014 von Steam in drei Teile unterteilt worden ist. Eine kam immer am Montag raus, die eine kam am Mittwoch raus. Und die letzte Ankündigung, die kommt in 59 Minuten und vier Sekunden raus. Und ja, das ist ein Countdown. Also, wer noch Zeit hat, wahrscheinlich nur du, Tuxi, aktuell ist store.steampower.com slash livingroom. Da ist eben aktuell dieser Countdown mit den einzelnen Ankündigungen. Und die Steam-Machines, die kamen eben gestern raus und das ist dann im Prinzip die Pistons, die angekündigt worden sind. Also spezielle Computer, wo das SteamOS draufläuft oder laufen kann. Richtig. Das soll keine Konsole an sich sein. Das soll einfach im Prinzip wie so... Also, wenn man sich die Pistons nochmal in den Erinnerungen berufen kann, dann ist das im Prinzip genau das, was damals auch gezeigt worden ist. Nur eben mit dem Unterschied, dass sie noch nicht wissen, wie er aussehen soll. Sprich, die Form ist irgendwie noch so eine Sache und dieses ganze Design an sich ist noch so eine Sache, was sie noch nicht so wirklich ganz genau wissen. Aber sie wissen definitiv, dass diese Steam-Box nicht auf Steam begrenzt ist, sondern da kann man meinetwegen auch ein Windows draufknallen oder ein ganz normales Ubuntu draufknallen. Das ist so geil. Das gibt denen wieder so, das weißt du, das handelt Valve schon wieder so viel positives Karma ein, dass die sagen, hey, ne, pass auf, ihr wollt spielen? Kein Ding. Hier, kauft euch das Ding, da ist unser Spielgedöns drauf, lockt euch mit dem Steam-Account ein und installiert eure Spiele, die ihr bei uns eh schon gekauft habt. Wenn ihr das Ding für was anderes verwenden wollt, kein Ding, bitteschön, macht's doch einfach. Das ist so viel positives Karma, was Sony damals mit der Playstation 3 hätte haben können und sie sich aber mit dem ganzen ne, Linux muss da wieder runter, damit knacken sie ja unsere DRM-Geschichten und bla, damit halt wieder sich verspielt hatten. Sie können im Prinzip so an sich nichts verlieren. Den Ding-Klein, den Steam-Klein gibt's für alle drei Betriebssysteme. Ja, genau, der wäre eh schon angreifbar, wenn der angreifbar wäre. Und von dem her haben sie da im Prinzip nichts zu verlieren und haben nur Sympathie in dem Fall. Und es soll dann eben auch noch eine entsprechende Schnittstelle geben für die ganzen Gamepads. Das heißt, man muss da nicht irgendwie mit Adaptern oder mit USB oder, wie werden die Dinger angeschlossen? Mit USB, oder? Was denn, wer denn? Die Gamepad-Controller-Dinger da. Kommt drauf an, was du hast. Du hast vielleicht Bluetooth-Dinger, du hast irgendwie... Auf jeden Fall sollen die eben speziell darauf abgestimmt worden sein. Ich kenne doch die alten Gamepad-Dinger, die haben eine Midi-Port. Wie Midi-Port? An die Midi-Port kamen die. War das diese eh eine lange... Kennst du die Midi-Port noch? Vielleicht, wenn ich sehe. Also ich habe zwar noch ein paar... Also nimm dir einen Soundblaster 16. Eine Soundkarte. Eine Soundkarte. Hat ein Line-Innen, Line-Out, glaube ich. Ich weiß nicht. Ach ja, klar. Die sind auch schon. Und daneben hatten die noch so einen breiten, 15-poligen Anschluss. Und das war der Midi-Port. Der war gelb. Ja, der war gelb, wenn er schon Farbe hatte. Bei mir war er noch grau. Und da kam dann der Joystick dran. Oder, ja, der Joystick, genau. So ein Gamepad habe ich, glaube ich, auch da irgendwo im Schrank rumliegen. Vor allem, eigentlich überlege ich mir gerade, warum war das an der Soundkarte der Gamepad, der Joystick, hä? Soundkarte, Joystick. Ja, vielleicht vom Midi her. Aua. Aua. Na ja. Auf jeden Fall, das wollen sie besser machen, dass das mit allen Gamepads funktioniert. Ja, dass das eben, wie gesagt, dass es darauf abgestimmt ist und man kann eben eine ganz normale Tastatur und Co. drauf anstöpseln. Ja, das ist super. Das ist cool. Dann kannst du auch dann wieder eine beliebige Funktastatur benutzen. Du kannst im Prinzip machen, was du willst mit dem Ding. Ja. Ein kleiner Computer eben, wie du willst. Und für dieses Jahr sind, auch noch für dieses Jahr sind 300 Exemplare vorgesehen, 300 Prototypen und die werden kostenlos an alle verschickt, die sich qualifizieren, um ja, diese Prototypen eben testen zu können und da gibt es eben... Ich habe auch schon mitgekriegt, wie man sich qualifiziert. Ja, ich kann mich da leider nicht qualifizieren. Das ist doof. Und zwar habe ich es mitgekriegt anhand eines Tweets von Panic. Von Panic, ja. Der hat geschrieben, hey, befreundet mich auf Sieben. Ich habe nicht genug Freunde. Ich will mich da anmelden. Ja. für die, also ganz kurz zusammengefasst, muss im Prinzip sich bis zum 25. Oktober bei dieser Steam Universe Gruppe an beitreten, einfach auf den Beitreten-Knopf drücken. Da muss man mindestens zehn Freunde haben. Das wusste ich gar nicht. Das macht seinen Tweet natürlich noch lustiger. Also offiziell heißt es hier im Text, fügen Sie zehn Freunde auf Steam hinzu, falls Sie dies schon nicht getan haben. So geil. Hey, fügt mich hinzu. Ich habe keine Freunde. Ja, du, du müsstest mal sehen, was der Top, was der, was der meist, also der Topic mit den meisten Beiträgen ist an der Steam Gruppe. Hey, fügt mich hinzu oder was? Add me please. Ja, toll. Das war zumindest vorgestern war das der meist geantwortetste Thread. Dann auf jeden Fall, man braucht, man muss eben da drin sein in der Gruppe und man muss ein öffentliches Profil haben und da, wo ich jetzt leider nicht mitmachen kann, ist man muss zwingend einmal mit einem Gamepad im Big Picture Modus spielen und da ich kein Gamepad habe, in der Form, dass ich es anstöpseln kann, habe ich da schon versagt. Ich könnte meinen Playstation 2 Controller nehmen und mit meinem Playstation 2 Anschluss zu USB Adapter an meinen Rechner dongeln und damit dann im Big Picture Modus spielen. Das soll es allerdings auch so ein paar, also ich habe im Ding gelesen, dass es anscheinend für ein paar Leute Probleme gibt, dass Steam diesen Controller erkennt. Das waren dann meistens diejenigen, die keinen, sag ich mal, originalen Controller haben von Sony oder von Microsoft, sondern irgendwelche Dritthersteller und das war nur bei manchen, manche haben gesagt, es ging bei ihnen, manche wiederum sagen, es geht bei denen nicht, also das ist anscheinend, keine Ahnung, auf jeden Fall funktioniert das Ganze noch bis zum 25. Oktober, genau. Dann wird diese Liste geschlossen und alle, die eben diese ganzen Kriterien erfüllen, bekommen ein Abzeichen praktisch, das dann wiederum zeigt, dass man unter denjenigen jetzt ist, die diese 300 Pistons zugeschickt bekommen und wie das Auswahlverfahren ist, das würden die einfach random rausschicken. Ja, ja, wilde Pläne, Tuxi hat auch kein Gamepad und will sich eins mit einem Skript-Emulator simulieren. Ah. Kann man auch machen. Ich weiß ja nicht. Aber dadurch, dass die, nochmal ganz kurz zu dem Linux, dadurch, dass sie das ja alles im Prinzip in Eigenregie machen und das Linux so anpassen können, wie sie lustig sind, haben sie den Vorteil, zumindest schreiben sie auf ihrer Website, dass Steam im Prinzip viel schneller läuft als auf anderen Betriebssystems, als auf anderen Plattformen, weil es eben schon während dem Start irgendwie mit hochgefahren wird und es soll eine wesentliche Leistungssteigerung hingegen geben und Grafik, also Grafik an sich und Audioleistung soll da super sein. Die Eingabelatenz soll verringert worden sein oder wird verringert werden. Also von technischer Sicht kann ich dazu sagen, klar, so weiter, ich kann mir gut ein Szenario vorstellen, wo du deinen Rechner nimmst oder diesen Rechner oder einen Rechner, der sich eignet, den du angenehm findest und den sowohl als normalen Arbeitsrechner benutzt und dann einfach SteamOS als Zweitbetriebssystem daneben installierst, denn das Ding wird einfach viel schneller starten, weil du ganz viele Services, die du auf normalen Linux hast, gar nicht brauchst für so einen Steam Linux und die kannst du einfach alle weglassen. Den Kernel kannst du genau so kompilieren, also je nachdem, wobei, die müssen die gucken, wahrscheinlich wird das ein relativ generischer Kernel sein, weil der ja auch auf allen möglichen Systemen laufen soll, weil es ja so ein Standard-Debian-Kernel dann wahrscheinlich, aber du kannst halt alle möglichen Services weglassen, die du nicht brauchst, du kannst halt, brauchst halt keine, so eine Sound-Multiplexing-Struktur, kannst du auch weglassen, kannst du irgendwelche Zwischenguis weglassen und Zeugs und Benutzerverwaltung kannst du auch weglassen und so weiter und dadurch kriegst du das Ding natürlich nochmal ordentlich schlank, was cool ist und dann hast du wirklich dein eigenes Betriebssystem, auf dem du arbeiten willst und auf dem kannst du das Läden halten und hat dann deinen Komfort und dann kommst du nach Hause, bist völlig fertig, willst du noch eben nochmal eine Runde XYZ spielen und dann startest du halt eben dein SteamOS und bist quasi fast sofort im Big Picture-Modus. Also in diesem SteamOS sind ja auch zwei neue Funktionen mit drin, also insgesamt gibt es hier angekündigte Optionen und da ja Steam mit, beziehungsweise Valve mit Nvidia zusammenarbeitet, ist mir das eigentlich, ist es mir fast komisch vorgekommen, dass ich in das Server drauf gekommen bin und zwar Arbeiten die zusammen? Richtig, die arbeiten Was sagt Linus Torwart dazu? Auf jeden Fall vielleicht Der schöne Mittelfinger, der schöne Mittelfinger, vielleicht hast du es ja mitbekommen, dass 3.000 oder 5.000 Spiele zum Launch beziehungsweise zum Beta-Launch zur Verfügung stehen sollen und es gibt ja keine 3.000 oder 5.000 Linux-Spiele aktuell. Dann bauen sie noch ein paar, Ne, das haben sie anders gelöst und zwar hat der, falls du das mitbekommen hast, hat ja Nvidia von einer Zeit an Shield gearbeitet, das war im Prinzip so eine Kon... Nein, unbedingt eine Konsole, eher so ein... Kann man da Handheld sagen? Auf jeden Fall so ein Gerät, das im Prinzip Spiele vom Computer gestreamt hat, beziehungsweise der Computer hat Spiele gestreamt auf diese Konsole, auf dieses Handheld und hat man dadurch im Prinzip dann auf diesem Dings da eben spielen können und bei Steam wird es genauso sein, dass man eben dann, wenn man ein Spiel auf Linux, auf der Steam, im Fernseher, auf dem Fernseher mit der Steambox spielen möchte, muss man einfach nur eben das Spiel bei seinem Computer starten, dann das irgendwie dann als Streaming markieren oder wie auch immer, auf jeden Fall wird es dann von der Steambox empfangen und auf dem Fernseher praktisch wiedergegeben und dann ist es so, als ob du auf dem, auf der Steambox spielen würdest, was ja in Wirklichkeit dann der Computer wäre, also so ein Streaming-Gedöns. Das wird mit drin sein, dann soll diese ganze Mediengeschichte, wie deine Musik, deine Filme, deine was auch immer mit drin sein, wie auch immer das lösen wollen, Family Sharing mit drin sein, hatten wir letzte Woche auch und ganz heißes Eisen, ganz, ganz kaltes Eisen war das. Und eine Familienoption, was auch immer das sein mag. Ja, das ist ja schön, ne? Ne, klingt gut, also ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Ich würde sagen, sie sind auf dem richtigen Weg. Ja, auf jeden Fall. Für die Weltherrschaft so von Gaming. Oh, das ist, jetzt sehe ich gerade ein richtiger Rage. Oben schreiben sie, du brauchst mindestens zehn Freunde und unten schreiben sie, in SteamOS finden sie alles, was sie bereits so an Steam mögen. Über 50 Millionen Freunde. Aha, ich brauche also 50 Millionen Freunde. Das war alles als Konter. Naja, aber auf jeden Fall bin ich gespannt, was sie da jetzt in 20, äh in 40 Minuten, bis in 50 Minuten raushauen. Ja, ja. Ich glaube, das werden wir aber hier im Podcast kaum noch oder gerade mal so erleben. Das wird knapp, 48 Minuten nochmal. Ja, das wird knapp. Wir können auch einfach nur die Zeit runterzählen. Richtig, 48, 26, 48, 25. Ja, ist gut. Beim nächsten Ton hören sie gut. Achso. Gut. Wir sind nicht glücklich. Wollen wir dann zum Themen kommen so langsam mal? Ja, richtig.